Achso, nicht bloß Wasser. Leuchtendet Wasser. Machen wir eh noch Fahrrad. Oh, wie dort. Jetzt ist er dort. Ich hab gedacht, da kommt noch ein. Wie, was? Der steht auf! Der ist nicht normal. Piks! Ich kann auch piksen. Ich zähle die auf dem See? Es ist kalt und da liegen ich weiß es nicht. Irgendwelche Puzzis. Sekten, technischerweise. Ich muss das versuchen. Wiederbelebung. Gut, also. Ich gehe davon aus, dass das Gegenstück ist von der Höhle von gestern. Wer die sieht. Andere kann nicht sein. Wir sind da drin gewesen. Wir sind hochgeloben. Das muss jetzt sein. Ich hoffe auch, dass es sich lohnt. Aber dazu bräuchte ich erstmal, äh, ich hab da schon was gesehen. Will er sich? Achso, das ist bloß Wasser. Leuchtendet Wasser. Aber hier waren wir doch schon. Doch, hier waren wir schon drin. Ich glaube, hier waren wir schon. Äh, waren wir schon. Aber das müsste doch offen sein. Nee, guck mal. Das geht da unter. Es geht noch nach unten. Noe, Kiste. Mensch, Leute. Ich brauche Munition. Ich brauche Hartet. Sonst wartet. Ich hab die jetzt runter. Ich hoffe, dass, äh, Oxygen, also Sauerstoff, für uns noch reicht. Obwohl, wir brauchen ja ja nicht zurück. Wir kommen ja zurück. Wurtsche technischerweise. Dann machen wir die paar Anisse weg. Die paar Babys und dann ist es gut. Das kriegen wir hin. Geht aufwärts. Ich wollte gerade sagen, die Luft ist rein. Bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Guck mal, wenn ich ruin-off seven days mache, ist gut wahr. Hart nicht. Hart auch nicht. Genau den. Das ist ja leise. Und jetzt ist es dunkel. Das macht total Sinn. Macht das. Gut. Der Bogen ist hier für den Arsch. Okay. Warum kann ich denn jetzt keinen Licht anmachen? Ähm. Machen wir eh noch Fahrrad. Das ist ja noch nicht dort. Jetzt ist er dort. Ey, ich hab den fast ver... Ja, nicht verfehlt. War ja fast ein Treffer. Hallo, sie. Unterlassen sie das. Ich kenn sie nicht. Gehen sie weg. Ey, kriegt neue Rüstung. Nein. Es ist aber immer noch saukalt hier in der Höhle. Oh, da ist noch Sauerstoff. Wir kommen auch wieder zurück. Naja, also... Obwohl, wir mussten da hinten ja eh tauchen. So. Oh, ich hab ja noch was. Also, ich kann das nie austauschen. Auch nicht. Was ist das? Moment mal. Muss doch funktionieren. Deswegen hast du doch die Auswahl da. Oder auch nicht. Na gut. Dann nicht. Ich brauch das auch nicht. Ich brauch den Sauerstoff. Ist doch hier. Oh, aber... Das brauch ich doch nicht. Munition brauch ich. Mensch, Leute. da ist noch was. Und noch eine Platte. Da mach ich mir aber eine Platte. Moment mal. Hab ich nicht? Oh, hab ich denn auch nicht mehr. Hier scheint aber saukalt zu sein. Äh, ihm sein... Ihm sein... Oh. Was ist denn los? Ihnen ist kalt. So. Das ist doch ein UFO, oder? Und die beten das an. Oder? Die beten eine Schildkröte an. Das kann auch sein. Das war alles? Na toll. Ich hab gedacht, da kommt's noch was. Hat sich ja richtig gerund. Aber momentan. Nee, doch. Na, hier waren wir schon. Wer schmeißt hier mit Gegenstände? Nee, hier waren wir doch noch nicht. Hä? Ja. Oh, ja. Und hätte gerne noch mehr. Ich kann nicht schaden. Sag mal, Moment mal. Ey, wo ist denn die? Ach nee, doch nicht. Ich wollte die gerade ranbinden. Aber die ist nicht schade. Na, der nimmt nicht. Boah, Junge, nee. Jetzt hab ich schon wieder so'n Hustenreiz. Bye-bye, Steve. Wieder werde ich sie brauchen. Naja, dann kriegst du ja noch was. Oh! Nee. Ich wollte gerade sagen. Lass mal nachgeben. Gut, hier haben sie eine Sonne angebetet. Dann kann sich danach auch keine Munition mehr oder was. Ich würde sagen, das ist hier alles. Also, ich meinte jetzt hier. Hier. Sag mal, wie dunkel ist denn das jetzt hier? Oh, doch sehr dunkel. Da ist ein Leuchten da. Oder ist es normal? Wie, was? Der steht auf! Der ist nicht normal. Der hält eine Schutze aus und der schnell. Was ist mit denen los? Boss oder was? Das ist ein Boss-Fade. Klumpier-Boss. Irgendwas von ihm aufgesammelt. Oh. Da bitte jetzt nicht noch mehr von so einem Viecher. Ich habe nie so viele Munitionen, Leute. Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Wobei es blau ist. Keine Ahnung. Wie ich es jetzt nicht, was ich aufgesammelt habe. Hier geht nachher mein Inventar nach. Erstmal versuche ich, hier durchzukommen. Oh, die habe ich mitgenommen, was? Den habe ich mitgenommen. Gibst du mir mal bitte deine Haut? Also muss ich jetzt aufpassen, was leuchtet, ist gefährlich. Also noch gefährlicher als sonst. Wo ist denn da? Ich traue der Ernst und Tose nicht. Wollte gerade sagen, nimm mal deine Hand aus mein Gesicht, Junge. Hallo? Ist da wer? Ich bin ganz allein. Jut, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ich wollte doch bloß gucken, ob es sich lohnt. Nee. Mal schmaler und schmaler. Gut, jetzt habe ich mich immer zu oft gedreht. hoffe, dass ich jetzt in der richtigen Richtung laufe. Und da hinten war noch ein Gang. Was mache ich, wenn das jetzt der falsche Gang ist? Das ist ja wie drüben. Bin ich jetzt auf der anderen Seite? Nee, kann nicht, oder? Bin ich vielleicht jetzt auf der anderen Seite? Hallo? Ich hielt es noch so für Jutidee. Also, das wird ja kurz drin und zack, bumms, fertig, oder so. Hab ich mir gedacht. Was ist denn Titte? Das sieht ja merkwürdig aus. Ah! Genauso wie die. Warte mal. Tief? Nee, tief. Schade. Hab jetzt überlegt, ob ich die hierin locke. Aber es scheint nicht tief genug zu sein. Aber aus irgendeinem Grund fühle ich mich im Wasser sicherer. Wo ich jetzt den geilen Scheiß wahrscheinlich übersehe. denn Titte? Ja, Pika. Oh, die geht da lang. Oh, no. Oh, no. Ist nicht dein Ernst, oder? Paso, Ina. Der Mutanten-Stadel ist am Start. Was ist denn der? Na gut, das war ja ne Schnipper. Äh, nicht Schnipper, sondern reise. Keine Munition mehr. jetzt wird's radikal. Ui, nein, nein. Der schießt daneben. Ja, nee, ist klar. Hä? Was ist denn das für ein Muck? Ey, ich hab dich getrefft. War eher nicht der Meinung. Oh, oh. Hi, hi. Oh, oh. Gut, jetzt ist er auch down. Na, dit war ja mal schnell futsch. Warte mal, ich nehm mal Lebensenergie. Also. Rüstung. Aber wenn der mit dem Bogen besser hinhauen würde. Aber du siehst doch gar nichts. Dit ist doch scheiße. Kannst verhessen. Würde da bloß, äh, zwei Jensen. Aber der geht auch nicht ins Wasser, wa? Es sei denn, das muss Sinn. Und zack. Da ist er. Schön, mein Tag. Nein, nein. Ich versuch mal ein bisschen Abstand zu spielen. Zwischen dem und mir. War doch ja nicht so kompliziert. Bitte nicht noch mehr. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Dabei wollte ich die umgehen. Dit lässt sich nicht umgehen, wa? Hier. Äh, könnt ihr mal? Danke. Ich hab bloß ein Schimmer. Ich wollte gerade sagen, das ist nochmal so ein duper duper Fuzzi. Da hinten blinkt net. Ja. 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 Äh, kannst du mal gucken, dass du da? Bin wieder am Start. Was für lange. Komm noch rein. Knauze da drüben. Ich geh erstmal hier lang. Bild mir ein. Das ist nicht so hier fern. Wo zum Teufel bin ich hier? Kann ich die Tür runter? Also natürlich die Tür drunter, aber es kann immer noch nicht das sein, wo wir waren. Weil da war kein Seil. Ah ja. So. In den Rücken. Boah. Jetzt ich in den Rücken. Ja, ja. Boah, Alter. Ich geh nicht auf den Sack. Gut, der ist schon mal weg. Jetzt hopperu. Können sie nicht gegen machen. Stellt mir die Frage. Hier ist Wotter. Achso. Wotter macht den ja nicht aus. Keine Bande, die. Warte mal. Mach mal piekend. Ach nee, wartet mal. Mach mal so. Wo ist denn der andere? Schnurps. Ich hab da was gesehen. Was ist denn das? Spaceman oder was? Gib mir deinen Anzug, du Penner. Brauchst noch jetzt eh nicht. Ey, so eine Viecher werde ich immer aggressiv. Oh ja. Oh ja. Ich hab jetzt ja da, ich kriege jetzt ja Munition oder sowas. Mir ernst du dir ein bisschen. Nö. Nix kriege ich. Moment mal, ich muss was essen. Weil gerade von Fleisch, warte mal, ich mach mal hier den Newton-Stuff. Also, warte ich für Newton erhalte. Dann kann ich mich auch mehr machen. Es gibt nicht so viel, wie ich mir das gedacht hab. Das kann ich auch wegschmeißen. Das ist alles verdorrtet. Das ganze Fleisch, was ich geholt hab, letztes Mal. Aber alles, was wir gefunden haben. Nein. Ich wollte trinken, nicht wegschmeißen. Ich hoffe, dass ich es nochmal finde. Jetzt eine Dose weggeschmissen. Hoffen wir mal nicht. Gut, der muss rein. Ach so, da ist nur noch ein Baby. Na dann, komm mal. Daneben. Oh, ich sag dir. Baby hin, Baby her. Morgen treink will er Päuslinge. Pina halt. Will ich hier schon schwimmen? Also, wenn ich nicht hier schwimmen kann, kann ich nicht Zeug hier hinlocken. Das hätte ich vorher machen. Soll ich nicht geholt. Mit die anderen Viecher. Babys nicht, aber... Alle kommen rum. Oh, was ist das denn hier hinten? Ey, das muss sich doch lohnen, oder so. Ernst, auf Rist. Machen sie doch nicht einfach so. Da ist ein Würfel. Ist aber nicht der Würfel, ne? Den wir hier sehen haben. Der wäre ja schon kacke. Der wäre ja schon klein. Wo sind wir jetzt hier? In einer Halle. Nein, nein. Da ist schon wieder so ein... Was ist denn das für ein Vieh? Das ist ein anderes Vieh. Alien. Die Wiedergeburt, oder wat? Nee, das muss ich anders machen. Pieks. Ich kann auch pieksen. Oh, wie piekse ich denn eigentlich? Ich hab doch die Knifte. Äh. Oh, die Knifte war 6. Knipsen weg. Äh. Schrutzen. Schreck. Oh, oh. Oh, ja. Die sind aber schnell down, wenn du Schrutz hast. Mit eurer Haut? Die sind neu. Die kannte ich überhaupt noch nicht. Jetzt stellt euch mal vor, die laufen jetzt draußen rum. Bin so am... Ich brauche eine Waffenfabrik. Das ist nämlich schon wieder hier nach oben gedudelt. Ich klappe mal jetzt nach. Vielleicht steht da vor mir, Alter. Ich hätte... Ja, schon schreiwert gewesen. Total lang gelaufen. Ich hab noch einen gesehen. Da war noch einer. Da war hier der Talklayoff. Der nächste Anzug. Mal mit dem Arsch an der Wand. Ihr habt den doch auch gesehen, ne? Der eine, der da noch lang gelaufen ist, ne? Ich hab mir den nicht eingebildet. Alter. Jetzt sind aber sehr, sehr viele. Kommen sie mal alle mit. Ja, ja. Ich hoffe, ich finde Wasser. Aha. Nr. 2. Das waren aber 3. Hä? Die Trefferquote, die ist... Oh, mal. Das waren 3. Hier eine 2. Da sind... Nr. 2. Nochmal. Die gerade... Die haben hier ja einen schönen... Inneren jetzt wogelt. Haha. Bin wieder frisch. Fresh. Fast creme-fresh. Wie gesagt, ich lock die einfach zum Wasser und dann ist gut. Ich krieg ne Krise. Dat ist der super duper Anzug. Jetzt gibst ihn's in die Fräse. Also hoffe ich. Der hält wenigstens aber hin. Oha. Jetzt mit dein Arsch, oder wat? Ich würde trotzdem gerne nochmal ein bisschen hier rumschnökern. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das hab ich vorhin versucht. Da wollte das nie machen. Ach so, weil ich voll bin. Nee, bin ich doch ja nicht. What? Ach so, der hat sich jetzt alles ausgezogen und hat die jetzt genommen. In dem Teil ein krasser Loot. Der Klobe mehr ist? Nee, wa? Gut, wat soll noch hier drin sein? Mit Katana. Da muss ich erst mal gucken, wo ich gekommen bin. Orientierung. Kommen sie wieder zurück. Warte mal, ich bin jetzt ja... Ich bin von da bin ich gekommen, ne? Oh, nee, hier ist nichts. Das ist das, wo ich rumgelogen bin. So, dann bin ich hier. Dann hab ich die Statue gesehen und hab mir gedacht, ich geh jetzt in da. Nee, in da. Also ist hier bloß eh mal... ... um den Block oben. Ich hab den geilsten Anzug ever. Die können mir nischt. Also gleich, zack, bumm, tot. Ninja! Da find ich durch Zufall den geilsten Anzug ever. Ja, der wird sich wahrscheinlich genauso abnutzen wie die anderen hoch. Vielleicht eh ins Weg Kratzer weniger oder so, aber... ... das wird nicht das Mordsding sein. Oh, hier geht's runter, äh, hoch. Geht aufwärts! Oh, gut. Da sollte ich doch ein bisschen Vorsicht ja sein. Ja, so kann man sich täuschen. Also, ich hab gedacht, das ist die Verbindung von der Höhle zu Höhle. Aber scheint sie wohl doch nicht gewesen zu sein. Ja. Wie komm ich denn jetzt hier raus? Wäre mal jetzt interessant, nicht, dass jetzt die... Nicht, dass es noch schlimmer wird? Und ich denn von dem Anzug nischt mehr habe. Was bin ich denn hier schon wieder? Da bin ich vorhin nur ohne Wasser. Ich höre Spideys. Spider-Man. Spider-Man. Rennt hinten. Rennt hinten. Seht. Es tötet den Spider-Man. Heiß aber hier, wie gesagt, sind diese noch. Burschen wo? Am Rundgrößen. Nach vorne. Oh, ist er. Hier ist Rekord. Mit seiner Brut. Warte ich jetzt daneben oder war er ein Treffer? Bin wir bei Trefferquote? Nee, so sicher hier. Hä? Jetzt ist down. Jetzt hat er verliert. Was ist denn hier hin? Wo ist Baby hin? Wo sind sie? Dreh zum Kreis von ihm? Naja. Fast. Oh Gott, hat er rumgenuckelt. Sie hört so? Die Rüstung ist noch ganz. Ich habe keinen Schaden bekommen. Außer Lebensenergie kann es sein. Oh ja, Sauerstoff. Blöd, dass ich den schon habe. So, gleich geht mir der Sauerstoff aus. Dann kotzig im Strahl. Da, oh Mann. Ist auch schon wieder so eine Pipeline? Weiter. Falls ihr wenig sehen solltet, dann seht ihr ihn auch so viele Wege. Hihi. Mal hier. Ja. Boah. Oh, wie weit müssen wir denn noch? Weiß nicht. Ich habe so viel gehört. Das ist schon wieder so ein Funze, Dude. Ein Funze denn da? Ich habe doch nichts mehr. Warum funzeln die alle? Der krabbelt an der Decke. Der Krabbler. Vielleicht kann ich den im Wasser locken. Ich muss den im Wasser locken. Kommen Sie mal bitte alle her. Bitte ans frische Nass. Hier. Witzene oder was? Hier, schön rankommen. Schwimmi, schwimmi machen. Macht euren Freischwimmer. Ihr müsstet anfangen, nie zu schwimmen. Ah, du kannst noch mal. Komm mal her. Komm mal her, du Blauer. Kannst auch nicht so richtig. Ist ja doof. Hahaha. Aber vor dem Blauen habe ich Respekt. Okay, eine Munition. Ah, das ist aber... Ist jetzt schon ein bisschen doof. Hä? Hä? Der war doch im Wasser drin gewesen. Uh! Piks. Piks. Hol dir deinen Piks ab. Piks. Piks. Oh. Ersteht nicht so. Piks. 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 Hey. Du warst doch schon im Wasser drin. Los, komm. Keine. Das ist mir doch nie so schwer. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bitte lass es den blauen Kaka gewesen sein. Der hat doch ins Wasser gesprungen. Oder hatte der keinen Bock mehr? Oh, ich hab keine Lust mehr. Der soll mal allein damit, den klarkommen. Da geht er draus. Irgendwohin? Alter, zwei blaue Kaka. Ich hoffe, dass es ein Einzelfall war. Das war immer noch nie alles. Wir sind immer noch nie draußen. Und ich muss was essen. Ich bin verhungert. Ich habe Durst. Zombies wollen mir ans Leder. Naja. Das übliche. Das ist ein Ausgang. Jetzt lass es den Ausgang sehen. Ich bräuchte mal langsamen Ausgang. Ich mach mal von der Kante weg. So. Muttern. So. Linken. Dann mach mal gleich nochmal, weil... Nacht und so. Das putzt wenigstens noch ein bisschen auf. Gut. Hey, ich hoffe echt jetzt, dass nicht mehr so viele kommen. Langsam brauch ich wirklich einen Ausgang. Das ist die andere Rutsche. Glaube ich. Juhu. Ja. Ich glaube, das ist die andere. Yes. Trotzdem muss ich mal abhusten. So. Bin gespannt, ob jetzt der Villa so viele gesponsen. Bei Club hier waren ja auch noch eben zwei gewesen. Ich würde was sie platt gemacht haben. Denn renne ich. Denn renne ich. Ich renne einfach. Die Frage ist, wo renne ich hin? Das war neiges. Es war ein bisschen anspannt. Spannend. Aber es hat sich gelohnt. Also Rüstung, wie gesagt, brauche ich jetzt nicht mehr. Kostet mir jetzt... Nur noch Lebensenergie. Okay, die sind doch nie gespawnt. Was ist das jetzt das Richtige? Oh, ich hoffe, dass ich hier rauskomme. Das ist das Richtige, wie ich das doch... Doch, doch, doch ist das. Das ist schon geil. Aber das erinnert mich ein bisschen an Forest 1. Da hat das auch nämlich diese Teile gehabt. Okay. Okay. Bitte seid nicht gespawnt. Ich habe Tätig jetzt überhaupt nicht gebrauchen können. Ich glaube, dass ich hier rauskomme. Lassen Sie diese... Diese Spawnerei wollte ich gerade sagen. Oh, ey. Ich will bitte nach Hause. Und der Geil ist, ich kann gleich da vorne abspeichern, was? Müsste eigentlich gleich hier sein. Oh. Uiuiui. Da lang. Erstmal gegen den Wandtischwurm. Plumm. Da lang? Da lang? Da ist der Stuhl? Hallo, Madame. Oder... Miss. Madame. Herr. Wie auch immer. Ähm. Das wäre jetzt so schlimm, wenn jetzt hier so eine Viecher drin sind. Aber ist nur Batman. Wir sind wieder frei. Frei. Mit dem Monsteranzug. Monster geil. Äh. Lassen Sie uns raus. Ich brauche Frischluft. Ich hoffe, dass da vielleicht 8 ist. Ich brauche ein... Naja. Ist nicht ganz klar. Ich hoffe, dass diese... Äh... Super... Gut handen. Nicht hier draußen irgendwann mal rumkrauchen. Boah. Das kann ich überhaupt nicht brauchen. Aber erst muss ich abspeichern. Das geht doch nicht. Das können die doch nicht machen. Gut. Aber das ist natürlich auch der geilste Anzug, ne? Also... Dass du den nicht für lau kriegst. Das war schon klar. Aber dass ich den jetzt ja schon finde. Dat ist nice. So. Ich gehe jetzt einen Schlappen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Äh. Mir hat's gefallen. Und äh... Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Also. Bis denn. Ich bin raus. Tschö.